Musik Mein Pro-Tipp. Ich glaube, für diesen Pro-Tipp werdet ihr mich besonders mögen. Und zwar bin ich der Auffassung, dass ihr vor allem eure Schule ganz gut im Griff haben solltet. Denn wer einen freien Kopf für das Golfspielen haben möchte und das auch auf den Lehrgängen und das auch auf den Turnieren, der sollte sich nicht mehr so viele Gedanken um seine Noten machen müssen. Und ich glaube, dass ihr auch viel mehr frei bekommt von euren Lehrern, von den Direktoren, wenn die Schule ganz gut unter Kontrolle ist, ihr eure Hausaufgaben macht. Und deswegen mein Tipp. Freier Kopf für Golf heißt gut in der Schule. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.